Die zufriedenen Kunden der Firma MOBAO Baustoff Union in Aachen. Heute eine ganz gemeine Aktion. Wir verschenken Bier für eine tolle Aussage. Sie sind wer, wenn ich fragen darf? Ich bin der Herr Huber von der Firma MOA. Mein Name ist Dragan. Sprint. Sprintsanierung. Sprintsanierung. Jawohl, deutschlandweit vertreten. Hundeshagen heiße ich. Johannes Hundeshagen. Ich bin Erdal Kasach. Mein Name ist Marco Brühl. Und Sie kaufen gerne hier bei MOBAO. Der MOBAO ist sogar unser Partner für die Kooperation. Wir sind ein Häuslebauer, der regional tätig ist, die Kreise Düren, Aachen und Heinsberg betreut. Und wir sind regelmäßig im MOBAO zu Gast. Ich bin jetzt Fliesenleger und war jetzt hier für Fliesen nachzuordern. Ich habe Schnellputschien, Putzmaterial. Und jetzt Wandfliesen. Und jetzt kommen noch Bodenfliesen, Kleber, Fugenmaterial und Silikon mit dazu. Sie sehen ja alles, was die haben, brauchen wir hin und wieder. Und dann komme ich und gucke, was ich kaufen kann. Ich habe einen Kiosk, aber ich kaufe für meinen Garten was ein. Was haben Sie heute gekauft? Ich habe heute gekauft Kleber, Fliesenkleber. Und ich möchte meine schöne Fliesen kleben heute. Heute habe ich, warte mal, 70 Kiosk, zwei Def. Das ist was? Kleber oder was? Nein, Kiosk, Steine. Okay. Und Moment. Und fünf Sack Betonestrich und fünf Sack Zementmörter. Was ist denn hier so schön an der Firma MOBAO? Sind die Leute nett? Leute sind nett und alles ist okay. Und man kann alles gleich mitnehmen. Man kann, oder? Ist das schnell hier, die Logistik, stimmt? Doch, stimmt. Ich muss wirklich sagen, da legen sie sich immer ins Zeug, die Firma MOBAO. Das heißt, die Herausforderung hier ist jetzt natürlich eine Fliese zu finden, exakt die gleiche oder eine ähnliche? Genau, die passt. Und da legen sie sich immer ins Zeug für und kümmern sich drum. Okay. Ist das nicht normal? Nee, das ist unüblich, dass man sich, sag ich jetzt mal, in dem Falle für zwölf Stück so ins Zeug legt, um wirklich noch die passend so zu ordern. Immer flott, immer mitnehmen, kein Problem gehabt. Die Leute sind die böse oder nett hier? Das sind ganz nette Leute. Genau, ich kann sofort hinten ans Lager ran fahren und ich bekomme die Materialien, die ich eben bestellt habe. Also das Angebot, der Preis und die Freundlichkeit der Leute. Ja, ich kann da wirklich nur Gutes sagen. Und das Material, das Sie bestellen, das kommt auch pünktlich an? Es ist immer pünktlich angekommen bislang. Also ich übertreibe nicht. Es ist wirklich so, wie ich es sage. Wir haben das beste Qualität hier, ja. Im ganzen Aachen. Im ganzen Aachen, ja. Ist das so? Das heißt? Also was ich hier gekauft habe, bin ich sehr zufrieden, ja. Das heißt, also man kriegt ja hier vom Keller bis zum Dach ja alles. Also komplett von der Fliese bis zu Fenster und so weiter. Sind Sie einer von diesen Abnehmern, der gerne mal alles von oben bis unten kauft? Definitiv. Also gerade im Neubausegment braucht man natürlich dann auch diverse Materialien, um sich im Haus einzurichten und dann auch wohl zu fühlen. Und ja, hier findet man alles, was man für den täglichen Bedarf dann benötigt. Und so der normale Betrieb, das heißt, wenn Sie jetzt normal Kleber holen oder irgendwas anderes, das heißt, man bestellt und nimmt es gleich mit? Ja, genau. Das haben die alles lagermäßig hier. Und die Wartezeit, ist das okay? Ist vollkommen in Ordnung, ja. Das heißt, da kommt einem Stapler gefahren, Sie laden das gerade helfen mit abladen? Wunderbar, ja. Okay, super. Stoßzeit morgens ist natürlich, muss man mit ein bisschen mehr Zeit, muss man ein bisschen mehr Zeit einfangen. Ist aber normal, oder? Aber so jetzt um die Mittagszeit ist eigentlich immer Ruhe, ja. Sind die Leute freundlich zu Ihnen? Ja, definitiv, ja. Sind Sie schon lange hier Kunde? Bestimmt 30 Jahre. 30 Jahre? Ich kenne die Firma seit meiner Kindheit, ja. Ja, okay. Ich glaube, wenn wir hier Schrauben kaufen. Schrauben kaufen? Ja. Für meine Fahrradmaler. Okay, das heißt im Prinzip, ist das hier die erste Wahl für Sie, Mova? Also, nach meiner Meinung ist es die erste Wahl. Doch, die sind perfekt. 1A. Ehrlich? Ja. Ja. Ich bin beinahe täglich hier Kunde. Beinahe täglich, ja. Beinahe täglich hier, weil wir sehr viele Bausteine haben. Okay, das heißt, Sie können just in time die Sachen hier ordern, mitholen. Die haben fast immer alles da oder fast immer, immer? Immer eigentlich alles da. Also, ich bin noch nie hier hingekommen und es wurde gesagt, nee, haben wir leider nicht da. Ist das der Hauptvorteil bei Mova bei der Baustellenunion hier in Aachen? Das heißt, ich kann alles gleich mitnehmen. Ich brauche kein eigenes Lager bevorhalten. Wenn es mal eng wird, kriege ich alles direkt mit? Ja, auf alle Fälle. Das ist ein riesen Vorteil. Die Kunden verlangen, dass wir zügig arbeiten, damit ihre Bäder wieder benutzt werden können. Und wenn wir natürlich direkt Materialien bekommen, ist das für uns am einfachsten. Für unsere Zufriedenheit und für die Zufriedenheit unserer Kunden. Wir sind schon seit mehreren Jahren hier im Mova Kunde und wie gesagt, das ist auch unser Strategiepartner in der Industrie und sind sehr, sehr stolz darauf, dass wir mit dem Mova zusammenarbeiten dürfen. Letzte Frage. Just in time. Stimmen die Versprechen, was man ihnen so verspricht, dass geliefert wird? Definitiv. Qualität und Lieferung sind absolut in Ordnung. Vielen Dank. Gerne. Vielen Dank. Vielen Dank.